Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde, oh, hello, welcome, John O's Junction by Debt von Debt, eine kleine von Debt by Debt ist eine Paar 3, also jede Strecke ist Paar 3, aber kann mit All-in-One gemacht werden. Ne, kann man, unmöglich. Okay. Den muss man gerade hier, äh, warte, hallo erstmal, bin auch wieder da. Hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Muss ich gleich mal eben meinen Green Screen nochmal zwischendurch mit einstellen, weil irgendwie spackt er genau jetzt rum, wo wir die Aufnahme gestartet haben. Der Affe. Müsige. So. Geht doch. Easy Game, sagt er, gucken wir mal. Ja, stimmt, hab ich mal hingeguckt. Und sie ist ja. Und nur hier. Easy Game. Ja, aber schon mal nicht. Ich hab' einfach für mich, äh. Irgendwie nicht so. Wir nehmen wir noch mal an, so sagen. Wir nehmen wir noch mal an. Ja, besser ist, äh, jetzt schon keine Lust mehr. Ach komm. Bisschen FIFA oder so. Ja. Ja. Genau. Also jetzt FSC. FIFA Club. Ja. Easy. Interessant. habe ich mir nicht gedacht nein da passt man nicht durch nämlich richtig aber das bestimmt einfach das bestimmt einfach die blume gibt an wobei ich denke ich denke ich weiß wo du meinst die muss das war zu fest hier ist auch schön ich gehe mal tauchen feste so gerade ganz gerade ganz gerade so ich weiß nicht wohin ich mache das war zu lasch ich dachte irgendwie anders war aber nicht auch noch zu lasch jetzt mal ein bisschen fester ganz knapp verreckt gelegen ist definitiv nicht nicht so trotzdem falsch zu feste auch zu feste nachher das ist die blume nicht gesehen einfach mal reine macht produziert hat nicht konversation ich war quasi drin rausgehüpft der vorher rausgezogen ja was angst gehabt alles nur ein alles stimmt ja quasi nahezu so hat gesagt also jetzt geschrien viel zu fest guter was war das jetzt trotz etwas zu feste links angedeutscht vorbeigezogen und dann reingemacht ganz wunderbar 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 ich bin ich mache einfach eine idee doch nicht genauso und wer heute schummelt scheiße ein bisschen weiter ganz viel gefühl ja sich ja ganz viel 33 war die jude map war der tote auch mal 37 war auch mal noch die nächste hinterher altersgolf park 2 oder ich redner golf kollision an oder nicht kollision habe ich jetzt gerade wieder ausgemacht ok das kollision an noch viel macht das viel mehr spaß ja gut kollision ja wobei spielt sie ja nicht ja mitspielt auf geht's ok ich glaube ich musste gleich mal ganz in andere galaxien katapultieren ja mach das mal besser ist aber bei einem glück treffe ich den so dass er für ihn gut ist kommt die dann nachher geflogen ach so hat seine hausge lag einer da lag keiner ich hatte in dem moment aber auch geschlagen also von daher glaube ich einfach so gegenseitig getroffen haben das kann natürlich sein das war eine treppe alter ich kann aber rein jetzt kann ich jetzt auch nicht für ich komme noch nicht bewegen verdammt ich dachte jetzt kann ich direkt drin aber weil ich falsche bauen jetzt bin ich also muss ich denn irgendwie habe ich jetzt geschafft das heißt noch das habe ich nicht so meine güte jetzt aber auch eingesetzt und kannst auch ding dong machen und dann ist auch irgendwie da das ist ja das kann man auch machen und meistens ist das nicht ganz erfolgreich da auf der bahn war ich ich bin ja da kann es nicht reingefallen gerade und das ist cool aber das andere wäre dann hätte wir zu den reinkommen dort geht aber nicht so das muss auch mal sein toto ist halt so genau äh hüpf ah ok das ist nicht gehüpft da wäre wohl dann special noch gewesen ja ach so oder in dieser lücke oder oder ja tatsächlich ja egal 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 ach die scheiße was denn hier los ja bewegt sich auch aber jetzt schön wir waren heute noch im kino mit den jungs und haben uns äh ich komme auch noch näher und haben uns ähm na 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 ja scheiße es liegt nicht so gut du darfst du ja sagen ja ich muss auf den moment warten auch da war nicht auch doch doch noch verzögert bitte um sich festzuschlagen ich bin nicht würde gehen nicht bin zu weit so war es noch nicht längste jungs schlägt es ein bisschen fester ja wir waren im kino in der hole of fame und kam blind fort und die haben so familienangebote beziehungsweise extra für kinder gibt es einmal mit mein erster kinobesuch und mein nächster kinobesuch und haben uns dann heute zu viert schon das scharf angeguckt den film ja oh gott geht uns mal drauf geht uns mal rein ich muss aber nicht nein 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 aber klar ja so ach ich mag so gut na das ich nicht themo jetzt schön ist dadurch das fast zu wenig gefühl ist dann halt so ein extra preis wir werden bezahlt für die kinotickets 15 euro 60 bezahlt für alle vier zusätzlich zu diesen 15 60 für die kinotickets kam dann halt noch 46 euro für popcorn und getränke die tüller nicht gesehen ich hab's ja erst mal vorgehämmert erst mal ist die gas geben ok da ist natürlich war lustig die jungs hatten wahnsinnig viel spaß ich habe mir auch ein bisschen zu lasch ja die die kinder wollten alle popcorn ich hatte mir nachschluss genommen sitzen im saal ich mache die packung auf alex guckt papa nachschluss sagt man meine nachschluss weg ja gut so darf ich denn von deinem popcorn haben ein ist mein popcorn wenn du auch sagst ja ich hatte ein problem ich hatte man ja auch vorher auch ausmachen müssen ja nicht so wie schlauer glaube ich nicht glaube ich dir nicht auch ganz sicher ein rohr kommt mit dem trick macht aber nichts das war fast gut jetzt auf den weg zum trick versuche zumindest das der trick wenn man gut jetzt mit einem schlag machen können das kann doch nicht wahr sein doch wie du siehst das ist ja alles richtig knapp das ist ja nicht so überrascht hat ihr auch so scheiße seit wie ich da müsste jetzt auch mal ein bisschen versagen nicht besser müssen wir das wäre cool ich würde aber nicht da habe ich habe nicht was genug das war sehen schon geklickt dagegen dass ich meine wird spielen einfach gesagt ist halt nicht dein golfe tag ja du auch ich würde gerne besser wie easy rein geholt wohin junge was passiert ist das ein loch oder was ist das hier das sind so fließbänder scheiße gar nicht mehr so gut aus für mich doch keine ahnung wie ich hier es ist genau so geht mal vor ist aber nie so schwer jetzt muss ich läuft automatisch danke für nix machen wir nicht machen ja guck mal wir sehen uns beim nächsten mal